So, Halli, Hallöchen und herzlich willkommen in diesem allerersten kleinen Real-Life-Jensen's Video und zwar, ja, ich war ja in Kroatien mit meiner Kala Asse, abschlussfahrtstechnisch und ja, da hatte ich meine Kamera dabei und wir haben da eigentlich recht viel gedreht und genau da habe ich euch jetzt ein bisschen was zusammengeschnitten und dazu möchte ich aber noch kurz was sagen, bevor ich jetzt direkt nach dieser Audiospur euch dieses Video hier sehen lassen darf, tun, sein können. Äh, und zwar, ähm, also es ist so, die Kamera hat ihren Lautsprecher oben, wo man sie hebt, deswegen sind teilweise immer Geräusche, wo ich sie von wegen... oder sowas, ähm, und dann, äh, das zweite ist die Qualität, ich habe in 27p 60fps aufgenommen, allerdings ist die Qualität manchmal sieht ja aus wie ein schlechtes 480p, deswegen, ja, ich weiß nicht, ähm, ich hoffe, es ist halbwegs okay, es soll jetzt auch kein 1a Video sein, also, mir bitte keine Hoffnungen setzen, äh, es ist einfach nur so ein kleines Stadion, was für Fun-Fun-Video, ähm, und auch bitte nicht alles ernst nehmen, was in diesem Video gesagt wird und vor allem auch nicht, äh, den Sinn suchen in diesem, äh, in diesem Video, weil es einfach nur willkürlich irgendwelche Sachen, äh, zusammengeschnitten, äh, manche Videoausschnitte sind mit An- und Abmoderation oder vor allem auch mit Anmoderation, manche sind allerdings einfach nur so reingeschnitten, äh, und so weiter und so fort. Die Hauptdarsteller, oder Darsteller in Anführungsstrichen, sind ich, der Mad Max Master und, äh, dann eigentlich die Linda und, äh, der Gabi, Fabi, Gabi, Jabi, ähm, und sonst, ja, halt der Rest meiner Klasse. Genau, äh, damit sage ich euch viel Spaß bei dem Video und, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, äh, es hat euch gefallen, bevor ihr es angeguckt habt, yo, äh, hinterlasst doch mal einen Kommentar, wie ihr es so fandet und, äh, joa, haut rein, euer Mann. Tschüss. Jetzt sind wir hier gerade auf den Weg nach Kroatien, ich habe eindeutig zu viel Kaffee getrunken, keiner hat hier gute Laune, also, Und die Benutzung von Mobiltelefonen ist in diesem Bus nicht gestattet, sind. Das Fahrzeug ist mit mindestens einem Verkehrskasten ausgerüstet, der sich vorne beim Fahrer befindet. Das Fahrzeug ist mit mindestens einem Feuerlöscher ausgerüstet, dessen Benutzung Ihrem Busfahrer vorbehalten ist. Falls Sie in einer Nutzsituation jedoch Selbstunfalllöscher gebraucht machen müssen, richten Sie die Drüse im Brandfall direkt auf die Brandstelle. Du bist ein Spaß, ich bin kein Spaß. Du guckst mir in die Augen zu, als würdest du nicht glauben. Ha 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 Spaß, bla 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 Spaß. Blaumier. 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 Wir sind immer am Fahren und alle sind total motiviert außer ich, beziehungsweise alle sind unmotiviert außer Linda. Geht ab wie Schnitzel, Alter. Weee. Wenn man mal hier so in die Menge guckt. Wenn man mal hier so in die Menge guckt. Wenn man hier so in die Menge guckt. Berge. Berge. Ah, die haben wir als ein Meisterwerk. Keine Halle Glemmi. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Linda schmeckt's wieder wie die Sau, gell. Dick am Essen. Geh Linda. Ja. Oh ja. Lisa guckt so bald. Ich will auch rein. Ja, Lisa hat schon gegessen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. likewise. Ja. Oft ist sie drin 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 drin. Ah oh! Wieber es ist dir da, ich binpannt. Ich kann nur an 잡ESE. Stalker! Baby I am in the deep You have my heart inside And I am in the way I am in the deep Baby I am no story to be told Wo sind ein paar drei, so ganz vorn auf Jungen, weil du den Blut hier bist Ich hab mir die Chance, sowas zu sagen denn Mir liegt was am Herzen, schon seit Tagen denn Du nichts mehr bei mir, das fühle ich mich leer Das Leben ist Zeit, ohne dich tut's von schwer Es tut mir doch Zeit Ich bin doch bereit, nicht so zurecht und dass nur für dich diese Sonne scheint. Ich tu, was du sagst, genauso wie du es machst, mein Leben fängt neu an an diesem Tag, du mir doch so leid. Ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Ich bin doch bereit, nicht so hart. Das ist die ganze Zeit, wenn du dich sie schaffst, mein Leben fängt. Ich bin doch bereit, nicht so weit, nicht so weit. Und ich bin doch bereit, nicht so weit, nicht so weit. Ich bin doch bereit, ich bin so weit. ein anderer Mann. Ich spür' dich für das Geltchen, die jetzt nach der Nähe ich kann. Es tut mir doch weich, ich bin doch bereit, es nur zu ändern, das noch für dich diese Sonne scheint. Du denkst du, was du sagst, genauso wie du es magst, dann bist du in mir, in diesem Tag, es ist mir doch zu leid. Sehten sind ja Berge, oder so die Grenze zwischen Slowenien und Kroatien. Jetzt ist die Frage, muss man auf dem Berg, wenn man da drüber läuft, außer dem Personal muss was zeigen, wenn du nicht? Ist das schon hier schon? Ist das eine gute Frage? Gut. Kann uns die ja sicherlich, der Max, hier anfangen? Da gibt es keine Berge. Es sind keine Berge überhaupt. Das ist ein Mythos. Das war ein Bild. Das ist die Landschaft. Der gibt es nicht zu sehen, jetzt macht die Kamera aus. Also, jetzt filmen wir erstmal den Boden. Und zwar sind wir, haben wir geil in unserem Hotel da. Wir sehen schon mal die Parkplätze, die haben wir geil aussehen, Junge. Und dann sehen wir mal das Hotel. Sehr hotelhaft, ich zoom' mal hier kurz ein bisschen ran, wa? So. Es ist wirklich wie bei Mutter daheim. Das ist so ein verratztes Stück Hotel, Kackwurstfick, Alter. Also guckt euch, also ganz ehrlich, guckt euch das mal an. 200 Euro für eine Abschlussfahrt. 300. 274. Ja, du bist cool. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir was einkaufen können. Ich würde sagen, kommt mal mit da. So. Gucken wir mal. Oh, Gangster. Lagerfeuer. Das ist mein Block, Alter. Das ist mein Block. Mein Block. Willst du dich mit mir schlägern? Das ist mein Kraftblock, Alter. Mein Kraftblock, Alter. Mein Kraftblock. Nein, weißt du nicht. Nein, ähm. Wir gehen jetzt hin zum Rollen. Und zwar, ähm, unser erotischer Bus ist der da drüben. Ja. Der Rode mit dem gelben Scheiß drauf an der Seite. Äh. Jetzt gucken wir mal hier. Hock-Hock-Reisen. Schwanz-Reisen. Warte mal, hier sehen wir das. Äh. So. Einmal sehen wir die Bistro Villa Isabella. Familie Mangold. Was? Villa Eva, ne? Und dann Evelin und der Kräfer Kräfer Kräfer. I will a Eva. Ja, warte mal. Wo hat's jetzt hier, was die essen? Apart Manta, die Menta. Und das sind Flaschen. Das ist doch wunderschön, oder? Die sind so asozial. Und genau so, so sind Esslinge auch. Ja, warte. Wo gehen wir jetzt hin, Fabi? Ja. Weil irgendwie kannst du das mal vergessen. Michel Junior hat da mitternachts Vlog, Alter. Zimmer Fabian leuchtet schitzeln. Sein Bett Zimmer Dennis, Alter. Der ist schon voll kaputt von Life, Walter. Peace out. Ja, sieht man nicht, Michel Junior, Alter. Seine Mom? Ja. Mein Bett, mein Handy, mein Style, mein Geld. Geh mal kurz raus. Das ist ständig so eine erotische Boxshot. Äh, ich bade. Badeshot, weißt? Da, du hast ne Kopf. Ja. Ja. Ja, und wir chillen jetzt hier gerade. Wie ist denn jetzt gerade? 23.50 Uhr. 23.50 Uhr. Wir chillen jetzt gerade bis 23 Uhr. Äh, bis 24 Uhr. Und dann gehen wir raus. Und Fabi ist scheiße im Hörn, hat er gesagt. Ah, nur mit deinen scheiß Käsefüßen. Du hast Käsefüßen. Du hast gesagt, du bist so. Du bist so. Ja, guck mal, das sind Fabi und schwabblige Käsefüße. Komm, sieh, komm, sieh. Komm, sieh. Das ist alles schwabbel hier. Komm, sieh. Das ist alles schwabbel. Ja, Fabi, scheiße. Und der Fett übrigens. Und der ist inkompetent. Noch dazu. Also, das ist ähnlich wie Prammen. Der ist auch inkompetent und scheiße. Ich sag mal kurz an. Na. Oh, Alter. Warte, Fabi, komm, für die Kamera einmal. Bitte, 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 Fabi, für die Kamera einmal. Er hat übers die roten Augen und über die rote Entzündung. Es ist richtig hart, ey. Fabi, zeig mal. Ja, und er hat gekifft gleich. Komm, Fabi. Na gut, dann hoppen sich später wieder, wa? Langsam keine Luft. Ja, jetzt wird dann erst mal keine Luft mehr. Und zwar sind wir jetzt hier mitten in den... Wie man ja sehr schön sehen kann, hier... Wir sind hier in so einem hammergeilen Park, ja, wa? Und, ähm, ähm, ja, auf jeden Fall. Warte mal. Ich switche mal, dass die Kamera per Aspektive ist. Sonst haben wir jetzt eine Gabi. Ah, hier ist die Gabi. Und zwar, ähm, chillen wir jetzt hier unser Lifestyle. Weil wir haben jetzt eine Stunde Pause. Aber ich switche mal an. Komm schon so in die Uhr. Hammergeil. Und wir switchen jetzt hier ein bisschen und chillen unser Lifestyle. Jetzt kommen wahrscheinlich auch da irgendwelche Panos dahinten. Ähm, es ist sau warm. Es ist richtig warm. Es ist übertrieben warm. Ähm, aber kann man nichts machen, wa? Boah, hast du die Junge grad... Hä? Die, die gerade da reingelaufen ist. Hast du die gesehen? Hatte die Tritten. Die auch, aber die hatte so einen kleinen Bikini an, Alter. Die hatte so eine Tanga-Hose. Boah, die hatte so einen kleinen richtigen Arsch, Alter. Die, wo da gerade ihren Arsch raussteckt? Nein! Die ist da reingelaufen. Ja, ist ja okay. Ja, also dann gucken wir mal, ob die andere mal rauskommt, wa? Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Das ist salzig warm. Voll nass in der Hose. Wir fahren jetzt gerade vom Meer zurück. Super Laune. Ist ne Lüge! Lüg doch nicht! Du Sack! Wir haben hier super Laune. Ja, ich hab hier schon. Der hat dich 10, 15 Mal. Wir haben hier schon. Ich hab hier super Laune. Der hat mich schon. Der hat dich im Wasser gefallen. Wunderschön. Und auf dem Brett, wo wir uns zusammen gebräunt haben. Das Brett drauf, schön. Okay. Ihr Gesicht ist so, glaub ich drauf. Barbie, wie hat's dir gefallen? Hey, hat jemand nachgedacht ein Ferner? Ja, ja, ja. Warte, warte. Wie ich sah, wie hat es dir am Meer gefallen? Wie hat es dir am Meer gefallen? Also ich fand es sehr schön. Ich fand es ja wirklich so toll jetzt zum Beispiel, dass es alles so teuer war und dass der Maximilian den Arsch geschnipst hat. Echt? Hat er gemacht? Hat er gemacht? Ehrlich? Ja, und das fand ich eher so toll. Die Han und Lora haben mich dann auch reingeschmissen. Ja, und dann habe ich ihn kurz gefistet. Wenn das Video kommt auf meine Homepage. Ich bin hier. Mein Video taggebogen. Aha. Das hatte ich jetzt nicht drauf, wenn das nochmal machen würde. Okay. Wieder so. So, das haben wir drauf, okay? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja? Ja. Schöne Posen, Lisa. Kann man gerne wiederholen. Ja. Ich habe einmal zu sehen. Okay, die sind da. 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 Das ist kein Fokus. Das ist so gut. Ja, die Kamera. Das ist ganz viel. Ich bin von mir. Hey, ich bin ein kleinen. Ich wandere jetzt mal den Berg runter. Wie Lag Junge. Und zwar. Wir wandern hier gerade den Berg runter. Weis? Das ist Berg. Das bin ich. Das ist Gabi Wapi. Dann haben wir Svenja, Pena. Und äh. Wir laufen gerade so Berg. Weis? rausgeschmissen von so Bus das ist so das ist so Dings mit so Rad und das so Fabi Gabi und äh Schölan auf jeden Fall wir haben uns auch was zu trinken gekauft weißt du bist so alt weißt du zu feiern und sowas und äh ja auf jeden Fall und dann haben die uns da raus gelassen und dann mussten wir jetzt den Weg runterlaufen die Scheiung und ähm ja macht uns wirklich richtig viel Spaß hier runter zu laufen da denn und ziehen mit dem Spaten ins Moor so Svenja ist unser Spaten da oben schreien sie schon Ah die haben ja die kann ja gar nicht so 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 Svenni Penny komm lauf mal schneller ich filme übrigens nicht mit Absicht ihren Arsch es kann sein dass da drauf ist aber so und noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen ich würde sagen wir warten gleich mal kurz bis der junge Wand vorbei ist ja es ist ja auf jeden Fall extrem cool hier runter zu laufen also ich kann mir echt nichts besseres vorstellen als in meinem ähm äh bei der Abschlussfahrt solche Wege runterlaufen in einer extrem vollen Tasche ich wollte gerade Flasche sagen extrem tollen äh vollen Flasche ich kann es mal ganz kurz dämonisch tarraieren Wasser 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 mein Motta mein Motta so hier guck haben wir weißt du hier ganz viel Wasser Flaschen ganz viel Fabian Flasche ey Gangster Bitches Bitches komm Fabi Ah Ah Willst du mal vielleicht ganz kurz Wuuuuh Wird mal kurz mein Upsack zu machen Du stehst du Du stehst du Du stehst du Du stehst du Hihi 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 Ich muss mit dir helfen Hihi Wunderschön Ah komm ihr Dinder auch schon Ja Unser sportliches Geweih heute gell Ah So dann gehen wir weiter würde ich sagen Hauen wir unser Bein rein Holinda muss also ein bisschen in acht nehmen weil diesmal recht Ich glaub da runter Abgezogen Gehen wir ihr runter Gehen wir hier runter Over So Aachen unter. Lan 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 N Hammer geiler weg Junge So echt jetzt? Weiß ich nicht. Mari hat's auch gleich auf die Fresse. Fies. Und Linda auch. Und dann kommt drunter wie so ein Bauarbeiter, Alter. Ist das deine Cam? Ja. Jade! Jade! So, ich schwör drei Treppen auf einmal. Beide auf einmal. Oh, meine Knie ist scheiße. So, wir haben es gleich geschafft, Junge. Oh, Linda, ich werde hier unter den Kommentaren von hinten. Du gehst da lang, ich bin hier lang. So, und dann haben wir das Wasser. Ach, halt die Fresse. So, und? Jetzt halte ich die Fresse, hab ich gesagt. Und wir sind gleich da. Am Water. Weniger Fall, mehr Water. Aha, Witzes. Ja, komm. Ich lass es. So, und eins und zwei. Und Wasser! Ey, Wasser! Wasser! Nehmst du dich dann auf? Ne, ich nehm noch nicht auf. Okay, ich mach das Ding nochmal. Okay, ich mach das Ding nochmal, Alter. Uah, okay. Alles für oben. Deine Mama. Vielleicht bin ich ja auch ein Spiel. Da war die Spinne drin! Ach Mann, warum zuckt der bei mir nicht? Nehm mich jetzt auf. Warum zuckt der bei mir nicht, Alter? Das weiß ich nicht. Das ist Fabian, das sag ich einfach. Guck mal, guck mal, das sind Fabians Hoden. Guck mal, das sind Fabians Hoden. Guck mal, da kann man hier hinten von Fabians Hoden. Das ist so schlecht, das ist wirklich, das ist wirklich, das ist... Fuck, das ist jetzt da, wie ich so eine Stubulette erinnere. Das ist so schlecht. Are you scared? Are you scared? Not really, no. There's a spider. Ist das die mich? In this room. And this spider will eat you and your family. Ist das Ding da? Nein. Ah ja ja. And this spider... And this... And this spider will still be the fire in the spider. And the... That's more. And we have one minute and 52 seconds about the spider in this camera. And my english is very, very bad. Aber ich spreche wieder englisch, weil es... Ähm... Ich muss den Wort in meinen Kopf hinein Hahahaha Der Blick, Alter! Das ist aber geil! Das ist so heiiieiein Was? Du drückst mal auf Pause Guck mal, was zieht man an Ich würde dir wahrscheinlich auch nur hinterher springen mit einer Kamera, Alter, ganz ehrlich. Weißt du, du fälschst, da gehörst du gerade voll zu ganz langsam. Ich nehm dir die Kamera anschub, wie so. Naja, auf jeden Fall sind wir gerade an den... ...Livika... Ich lese es noch vor. Kitsivka... ...Jetzwera. Kitsivka. Nationalaparko. Ja, sie ist es. Was ist das? Nein, die sind. Ja, die sind aus Wasser. Die kippt nicht so sehr. Kippt nicht. Kippt nicht. Weißt du nicht? Stopp, wir sind rein falsch. Weißt du nicht. Waaack! Schnappusch. Weißt du nicht, wie das... Weißt du nicht, wie das heißt? Das ist so See mit Wasser, weißt du? Ihr kommt doch mal her jetzt, Süßes. Ja. Ja, das ist so See, weißt du, das ist so mit Wasser und da sind so Wasserfälle. Das ist wunderschön hier. Ja. Und du kannst es natürlich einfach beenden. Ja, du musst das drehen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab uns so stolz, das ist auch... Ich schmeiße. Oh mein Gott. Ich hab uns so stolz aus. Ich schmeiße. Oh mein Gott. Wir sind hier in dem Wasser von dem Karl Nigga, also der Nigga, müsst ihr wissen. Und zwar sind wir an so einem extrem erotischen See und die schlechte Kamera füllen kommt von Linda, aber das ist halt ja gewohnt. Und da hinten kann man sich Wasser abfüllen und das habe ich jetzt gerade gemacht, jetzt probiere ich das Wasser mal. Wenn es mich jetzt gleich umhaut, dann könnt ihr in den Krankenwagen rufen natürlich erst, wenn ihr das Video seht. Das ist dann immer so kleine zwei, drei Wochen später und ja, jetzt hau ich mal rein. Das war zu gut. Schmeckt es dir auch? Das ist ja... Geil, ne? Beim T-Shirt schmeckt es auch, ja? Ah, sechs Videos, weiß ich ja. Also, wir sind jetzt hier gerade. Das ist immer nett. Wo bin ich denn? An den Zehen? Hier in... Was ist denn so ein Baum, wie so... Äh, äh... Nee, und ähm... Und ich trink das gute Wasser von vorhin. Ja, auf jeden Fall... Ja. Es ist hier wunderschön. Aber leider hat sich tot. Zeigen? Ja, das ist auch unser. Mag, das habe ich heute leider keine Fotos von ihm machen lassen. Dich ist dein Bibi! Wann ich mit deinem Bibi los? Bist du da nass? Ja, bist du nass? Ja, bist du nass? Bist du nass? Oh nein! Hallo? Jo, wir sind jetzt hier gerade am Ende von den 10 da. Und, ja, mein Arsch brennt gleich an. Aber sonst ist es, ja. Naja, auf jeden Fall essen wir alle gerade was. Wir haben Hanna-Dora und Melanie Cologne. Puh! Zufällig haben sie neu gehört. Ich sage mir nicht, was da los ist, aber... Mangel ist auch kein Mangel, gell? Oh mein Gott, ey. Das wär wirklich fett zu viel. Ja, ich bin nämlich der Meinung, wir sind zu wenig als zu viel. Und nicht nur in dem Fall Fettheit und Dünnheit. Nika! Okay, nicht lustig. Wir sind keine Rassisten. Oh! 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 Ah! Wer bist du denn? Was? Oh! Nee, auf jeden Fall, Alter, mein Arsch brennt gleich an. Hier regnet es ein bisschen, das ist übelgeil. Sunshine tut es im extremen hier in Kroatien. Guck, 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 guck. Wir essen jetzt schon auf. Gleich geht's los. Maslow! Alte Rüger. Hey, die machen die Staffel, ihr. Die haben mich jetzt gut angeht. Alter! So, Chips haben wir ja auch. Raubt haben auch eine, gell? So, der Herr Bär, der ist auch. Ich hab einen Holzlöffel. Oh, Gangsta. So, dann haben wir hier noch Chips, die nach Kotze stinken. Maslow und Trittwurst. Ebro, sag mal was zu deinen Chips. Echt? Das mal reinfüllen. Die stinken nach Kotze. Nein. Ich hab's nicht da mal. Ich hab's da mal reinfüllen. Warum? Die nagt her. Und wo ist mein Nagel? Weitereist man. Ich hab's mit dem Lippen, die da. Wie ist dein Künstler? Häääääh. Hääääh! Häääh! Hähääh! Haben Sie das? Sie haben viele Lippen. Sie sind die Hääääh! Ich bin ja. console ich habe jetzt, nicht mit der Herrkant.. Sie haben sich gebafelt. Hähäähä. Hähääh! Ich bin so eine Lippen, die Hääähääh! Ebro, das heil nicht in! Wenn die Zeug legen, die Luft machen. Hey Bro, sing mal! Ohhhh! Kati! Ein Schnapp! Der Deinen darf! Hey Bro! Gib mir die Kiki dann nicht! Ja gib mir, gib mir, gib mir! Kann man mal nach oben? Halt deine Fresse! 5 Minuten! Halt deine Fresse! 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 Hey Tobi! Was denkst du zu der Beziehung von Halt und Basti? 1 0 Ich bin dein perfekter Sex! Bitte! Ich bin dein Fresse! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Was ist das denn? Oh, 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 oh! Max nimmt drauf! Schreierei im Kopf! Max? Max? Hör auf meine Titten sieht man! Hör auf meine Titten sieht man! Hey, das ist eine Kix! Du siehst die! Auch hier, auch hier! Du klarer Buche! Ja, das war wichtig, oder?